Uwe, jetzt mach doch mal was! Ich hab gar keinen Schreif. Ist doch egal. Mit Uwe lege ich mich nicht an. Alle gegen Uwe. Ich kannte dich auch gar nicht. Aber der Tod meines Mannes, jeder wusste das. Das macht mir Angst, ne? Und ganz für Frauen, wenn ich denen eine Absage gebe, dass die richtig, richtig böse werden. Ich wäre gerne in dem intelligenten Bereich. Halbzeit. Willkommen zu Tag 12 von Traumy Big Brother. Ne, mal mehr davon. Oh Gott. Ich brauche dir Selbstgespräche. Ich brauche das. Selbstgespräche sind doch völlig in Ordnung. Es gibt so Momente, da muss man einfach mit Experten sprechen. Und Leute, wollen wir bitte eines festhalten? Unser Jörg hier, ne, im Seniorenalte bewegt sich mehr als... Ihr wisst schon. Ich hab komplett so Schock auf der Kopfhaut. Ich hab seit sieben Tagen meine Haare nicht gewonnen. Also man fällt wirklich so langsam in sich zusammen. Das ist wirklich echt hart. Ganze 12 Tage ohne Botox-Injektion. Wie kann Gott zulassen, dass solche schrecklichen Dinge passieren? Und schon fällt sie in sich zusammen. Ina sagte ja auch, Toastbrot hier, Toastbrot da, das kann ja gar nichts. Aber warum bezahlen sie die anderen bitte hier als Toastbrot? Und ja, sie hatten ja eigentlich Shampoo gekauft. Aber natürlich hatte unsere Ina auf das Billig-Shampoo vom Penny genauso wenig Bock wie unser Danny auf ein Date ohne Feuchttuch. Heute ist nicht so mein Tag. Ich hab ziemlich Kopfweh. Die Frisch waren immer flacher. Und man fährt so runter mit der Eine, weißt du? Das Scheiße gab's ja unten wieder. Ich wär gern, ähm, bei den anderen. In dem intelligenten Bereich, darf man das sagen? Ich hab mega Kopfschmerzen. Ja, wenn Frauen Kopfschmerzen in meiner Umgebung haben, dann biete ich den meistens auch irgendwie anderen mit mir zu sch***en. Oh, ey, ganz vielleicht, lieber Danny, haben sie auch wegen dir einfach Kopfschmerzen. Also ich persönlich glaube ja, dass Melanie im dummen Bereich eigentlich ganz gut aufgehoben ist. Melanie wird das hier einfach alles zu flach. Melanie Müller, Interpretin von Hits wie, geh mit zu dir oder zu mir. Schön saufen. Beim Après-Ski, vernasch ihr die. Wer sich erinnert, war nicht dabei. Ich will einfach diese Hygiene wieder haben. Wird bei Zeit, dass wir die Zombies wieder rausholen. Das ist den Leuten. Ja. Ja, die wahren Gesichter zeigen sich hier unten. Ja, ihr seid jetzt hier unten. Aber liebe Ina, ganz egal wie viel Make-up du dabei hast, einen unschönen Charakter wird man leider nicht übertüncht bekommen. Inas Motto lautet ja, niemals hinter dem Rücken von anderen reden. Also ohne, dass eine Kamera dabei ist. Ah, ich hasse das, wenn Menschen dir sagen wollen, oh Gott, du hast jetzt schon einen neuen oder warum hat sie jetzt schon das kurze Kleid an der Skade gestorben oder so dumme Sätze wie... Aber warum gibst du denn darauf so viel? Das tut mir leid für sie, dass ihr Mann gestorben ist. Das sind unsere Rezepten von Jens Büchner. Babs, ganz ehrlich, wir kennen die Geschichte natürlich. Aber war irgendwie klar, dass sie uns jetzt hier mit der Jens Büchner Story quält. Mit Quälen scheint ja ihr Ding zu sein. Hey, sorry, ich kenne sie halt wirklich nicht. Ich bin total unvoreingenommen. Für mich bist du jetzt hier diese nette Mami, die auf Mallorca lebt. Aber der Tod meines Mannes ging an niemanden. Eine Woche lang hat man das überall gelesen. Jeder wusste das. Es ging an keinem Fernsehsender, keine Zeit und nichts. Genau, wollte ich da sagen. Deswegen wundere ich mich. Ich schaue mir halt auch diese Boulevardzeitschriften nicht an. Wenn ich Fernsehen gucke, dann schaue ich Serien. Normales Fernsehen gucke ich gar nicht mehr. Dani Büchner hatte richtig Panik. Da war so viel los. Sie wurde ständig von Leuten verfolgt, die gefühlt auch noch irgendwie ein Messer in der Hand hatten, weil sie alle was von ihr wollten. Sorry, doofes Beispiel. Seit wann haben Melanie Müller und Co. Angst vor Messern? Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Nominierung von Dani Büchner. Ich nehme die Babs, weil sie mich nicht kennt. Weißt du, mein Algorithmus ist Feuer aufs Angeln und Natur und so ausgelegt. Da kommt so eine Dani Bücher nicht mehr rein. Ich weiß nicht. Die ist ja nett, aber sie sagt, sie hat keinen Fernseher geguckt, keine Zeitung gelesen. Ey, das macht mir Angst, ne? Sowas macht mir wirklich Angst. Ich investiere meine Zeit einfach nicht in sowas, weil es Verschwendung ist. Ich stelle gerade mein komplettes Leben, meine Welt auf den Kopf. Sätze, die wirklich alle hier von ihren Grundschullehrern und Lehrern ins Zeugnis geschrieben bekommen haben. Ich will auch so einen Algorithmus, durch den ich nichts von Dani Büchner mitbekomme. Ich finde das super interessant, hier jetzt die Promis alle kennenzulernen. Ich dachte halt auch, alle Promis hier, die sind bestimmt so äthepetete und jeder will sich wichtig tun, aber dabei sind alle super nett. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Babs nie irgendwie Fernsehzeitung oder sowas. Und wie wurde sie dann entdeckt? Also, keine Ahnung. Äh, gut, wer sagt Babs, dass sie nur deswegen nicht äthepetete sind, weil es eben keine echten Promis sind? Babs dachte wahrscheinlich, oh Gott, ey, ich bin die Einzige, die die hier alle nicht kennt. Aber, äh, keine Sorge, bei wirklich jedem Einzug dachten wir uns, Was ist das? Aber als ich die gestern beobachtet habe, dachte ich, das wäre schon krass. Meine Frösche. Irgendwie, glaube ich, sind bei ihr, hat die eine am Sender. Ich weiß es nicht, warum. Unsere Babs. Zuerst war sie ähnlich präsent wie Jörg trägers echtes Haupthaar und jetzt holt die hier richtig auf. Damit wir das aushalten, lasst mir auf jeden Fall direkt schon mal ein Abo mit Glocketer. Äh, der Plapper, Pla, Pla, Pande, ne, der Plappernde Kaplan klebt, kla, klebt, klappern, bla, bla. Weißt doch, wie das ist, wenig Sauerstoff im Hirn. Ohne Scheiße, der war nur wirklich simpel. Hä? Ich kriege das nicht hin. Ihr Gehirn ist auch einfach Matsch. Gut, also sie trägt das immer noch emotionaler vor als Kathi Hummels. Lieber, Dani, lieber wenig Sauerstoff im Hirn als gar kein Hirn. Spannend, wir bekommen hier Insights. Lesen war offensichtlich nicht als Stärker der Kandidaten gefragt. In unregelmäßigen Abständen bekommen die Promis in der Raumstation die Möglichkeit, durch ein Spiel ihr karges Dasein aufzuhübschen. Äh, hier Rasiergel. Rasierer. Schau, das war Rasionio. Geil. Ich hab den Geschmack des Lauchs immer noch im Mund. Alle, die was mit Dani, Pascal oder Erik hatten. Und natürlich hatte Melanie Müller schon viel schlimmere Sachen im Mund. Sie haben Duschzeug. Aber ganz ehrlich, auf Duschszenen mit Dani und Co. Ohne, da hab ich genauso wenig Bock wie Pascal auf seinen Sohn. Ja, aber erstmal auch was anderes. Die Sani hat hier nicht ihren Busen aufgemacht. Also meiner sieht ja genauso aus. Du kannst anfassen, wir durften alle anfassen. Nein? Ich denke mal nach. Aber so eine Busen-OP. Ja, das ist ja auch blöd. Kaufst einfach einen guten PH, weißt du, da sieht das halt auch einfach so aus. Ist ja egal. Egal, wie bescheuert sich Dani Büchner manchmal verhält. Aber, dass sie so zu ihrem Körper steht und das auch genauso offen sagt, das ist mega gut. Ja, mir ist dafür jetzt in zwölf Tagen Promi Big Brother aufgefallen. Allein die Silikonimplantate der Frauen sind mehr wert als alles, was ich hier besitze. Hast du übrigens gemachte Brüste, oder sind deine echt? Ach du, du hast echte Brüste, oder was? Es geht hier immer um Figur, gemachte Möppis. Was ist denn hier los? Das war das Einzige so gut und auch so viel Schwangerschaft, dass die noch so sind, wie sie sind. Ich bin einfach froh, dass du Brüste hast und nicht zum Ast gehen musst. Die Frage lautet aber natürlich, zahlt wenigstens uns Sat.1 dann ein Lifting, weil uns dank Promi-BB eben so viel Schlaf fehlt. Und eines bitte nicht vergessen, egal wie dünn du bist. Laura Müllers Stimmchen ist dünner. Ich habe ja angefangen, so meine Sachen zu verkaufen, persönlich nach Hause zu liefern. Und dann war ich mal bei so einer, die war auch so um die 60 und dann kam sie auf einmal raus aus dem Badezimmer und dann war nur der Bär. Gisela ist nicht böse, weil ich habe eine Freundin, das geht nicht. Dann ist die richtig böse geworden. Also ich habe ganz viele Frauen, wenn ich denen eine Absage gebe, dass die richtig, richtig böse werden. Da kannst du aber lange drauf warten. Meine Sachen da, diese zerrissen und so. Aber so ein Erlebnis hatte ich ein paar Mal. Ich bin kein Escort gewesen. Glaube ich sofort, Escort wäre da auch ein Minusgeschäft. So, so. Da hat unser Erik diese Option, also genauso sehr genutzt wie unser Paco das Shampoo aus der Werbung, das den Haarwuchs ankurbeln soll. Er war Kurier seiner eigenen Marke. Lustig, wie er Lieferando-Fahrer ausspricht. Mich hat mal einer eingesperrt als Klaser. Ich war ja Klaser und habe so eine Dusche, hat so aufgebaut und so eingebaut. Fakt sich meine Sachen zusammen und wollte rausgehen und macht sie, nee, du bleibst jetzt hier. Ich fühl dich heiß. So, hä? Da hat sie die Tür zugesperrt. Alter, beim besten Willen, also, das ist hier gerade. Mir hat man das schon hier gerade. Ja, das ist schwierig. Pascal und Erik, also bitte hört mal auf, irgendwelche Paco-Geschichten aus eurer eigenen auch. Da teilen sich zwar aber auch einige Hirnzelle und das Allerschlimmste ist, wir sehen heute noch was von Pascal. Also alles, was bis zu seinem Auszugestern eben noch passiert ist. Uwe isst sehr viel in Atmet-Luft. Und ich weiß auch manchmal gar nicht, wir sind uns gar nicht sicher, ob er noch da ist. Er hält sich schon aus allen raus. Kochen, putzen und so oder mal was mit Abraum. Er sitzt halt da, wartet, bis sein Bett gemacht wird und dann ist er halt da. Er interessiert sich nicht sehr viel für andere. Und er stellt auch keine Fragen. Echt mal, Uwe, sprich mit denen hier doch mal über irgendwelche S***-Geschichten. Silikon. Uwe, I feel you. Melanie entfernt also hier anscheinend den ganzen Müll. Aber Pascal ist da schon ausgezogen. Sie beschweren sich, Uwe interessiert sich einfach nicht richtig für sie. Da geht's Uwe ja genau wie uns. Dann ist das halt auch irgendwie unfair. Und wir müssen alle irgendwie hier kämpfen und uns unterhalten und machen. Und er chillt da einfach den ganzen Tag nur. Mit Uwe lege ich mich nicht an, weil er einfach so verbal direkt eine Ohrschelle verteilt. Und er bösartig ist. Geht's dir gut? Ist doch egal. Geh. Ich will doch gar keinen Streit. Ich wollte einfach nur sagen, dass... Mir gefällt das hier. Hast du verstanden? Ja, ist doch gut. Äh, Uwe soll nichts gemacht haben. Aber Entschuldigung, es war sein Holzkochlöffel, der hier Raffi so eine gute Bühne gebaut hat. Hm, bitte nicht vergessen. Die Überheblichkeit der anderen reicht eigentlich schon dafür aus, dass Uwe hier gewinnen muss. Lieber Erik, lieber Dani, ihr habt mit eurer Private Soapie überhaupt gar keine Chance. Die Beziehung zwischen Uwe und seinem Stuhl, das ist die einzig wahre Love Story dieser Staffel. Macht die Tür zu, wenn ihr unbedingt quatschen wollt. Ich möchte da nicht mit dem im Finale sitzen und ich hab mir einen Arsch geackert und der hat sich schon breit gesetzt in der Zeit. Uwe, jetzt mach da mal was, Mensch, dein sinnloses Rumgesitze. Zeig mir dein wahres Gesicht und hier darf man sich nicht verstecken. Und wenn dann Leute die Sachen denken, einfach mit Taktik hier auszusitzen oder sich reinzustellen ins Finale, ist das nicht fair. Jetzt beeindruckt, dass Uwe sich wieder hinsetzen kann. Er kann nicht so lange stehen. Genauso wie Misha und da hatten ja auch alle Rücksicht drauf genommen. Uwe hat auf jeden Fall ein größeres Herz als andere hier ein aufgepumptes Ego. Sag mal, wart ihr alle dabei, als es darum ging, dass Erik eine Fragerunde macht und stellt sich selber Fragen, um die so geil wie möglich zu antworten, Erik. Du kannst eine Fragerunde machen und dann kannst du da selbst was reinschreiben. Zum Beispiel so, warum bist du so großartig? Aber er hat ja noch nicht mal den blauen Haken. Ich hab auch noch keinen blauen Haken. Der ist ganz vorbei, wenn der den blauen Haken hat. Das wäre ich zelebriert, wäre ich den blauen Haken. Oh, ey, nicht umsonst hat Big Brother gesagt. Die sollen hier auch mal bitte an Vitamine denken und nicht nur an Toastbrot. Deswegen bitte nicht verwechseln. Erik hat zwar ein Erbsenhirn, aber versteht nicht die Bohne. Oder wie kann man sich das hier sonst erklären? Erik, das ist überhaupt gar kein Problem. Jelis, die verteilt blauen Haken auch sehr, sehr gerne, sonst geht einfach mal bei ihr vorbei. Es ist schon unglaublich, wie sehr hier jemand keinen Bock auf richtige Arbeit hat. Wenn du diesen blauen Haken hast, sieht jeder, oh, der ist wichtig. Und ich möchte gerne wichtig sein. Echt jetzt? Ich versuch seit zwei Jahren, dieses dämliche Ding zu bekommen. Degar, ich hab dreieinhalb, fast vier Jahre gebraucht, obwohl ich zwei Jahre durchgängig im TV war und Presse en masse hatte. Bei mir war der einfach auf einmal da. Reinhard war schnell da, aber ich hab den trotzdem damals selber beantragt vor, keine Ahnung wann. Und du hast ihn gleich bekommen? Mir hat ihn einer geschenkt. Selbst die Angelfrau, die wirklich niemand kennt, hat einen blauen Haken und Erik nicht. Jörg versteht das gar nicht. Was für einen blauen Haken? Er kennt nur blaue Pillen. Angeblich sagt der blaue Haken, du bist was, wie unser Erik ja sagt. Stimmt nicht so ganz, er soll Original-Accounts von Fake-Accounts unterscheiden. Das ergibt total Sinn, dass er keinen blauen Haken bekommt. Absolute Frechheit. Jeder komische Relity-Typ bekommt einen blauen Haken. Ich bin nach dieser Show ein Promi. Ist das echt? Ich lebe mich. Ich will diesen verdammten blauen Haken haben. Das ist mein Lebensinhalt so. Wenn ich das mal nicht mehr habe, dann ist es bei mir finito. Erik, ganz ernsthaft, wie unglaublich lost kann man eigentlich sein? Erik denkt schon an die Zeit nach Promi Big Brother. Dabei hat er mit den neun Euro hier aus dem Penny mehr Geld zur Verfügung als zu Hause. Hier ist kalt. Ja, aber dann zieh dir doch mal was an. Nein, also ich sitze nicht vor, hier Kamera und schaue aus wie du. Du hast echt einen totalen Knall. Ich weiß. Es geht einfach um, auf welchem Niveau es sein Style ist. Dieser Niveau sehe ich mich nicht an. Ich bin, ich bin high-fasch und extrem. Ja gut, er ist Antiquitätenhändler. Das passt vielleicht. Bei Paco weiß man nicht, ob er sich die Klamotten nicht einfach aus dem Fundus vom vergangenen Jahr hier aus dem Märchenwald geholt hat. Oder vielleicht nicht doch aus einem Altkleidersack. Eigentlich ist Pascal bereits Geschichte. Aber dieses wunderbare Beispiel für absolute Selbstüberschätzung wollen wir ihnen nicht vorenthalten. Das ist jetzt meine Show. Ihr könnt nach Hause fahren. Ich mach das Ding hier alleine. Aber du hast schon ein bisschen große Klappe, ne? Ich weiß, große Klappe, viel dahinter. Total irrer Blick, ne? Eine Pascal erklärt das jetzt. Ich will das Ding gewinnen. Ich bin ein Gewinnertyp und ich werde alles dranlegen, um das Ding zu gewinnen. Und das mit allen Mitteln. Pascals liebevolle Art ist wirklich genauso positiv zu bewerten, wie das Frauenbild von unserem Jotter. Er findet sich so geil, wahrscheinlich schickt er sich auch selber D***pics. Der Spannter als Pascals Unterhose, wenn er sich im Spiegel betrachtet, sind nur wir Zuschauer. Wir wollen jetzt natürlich wissen, wie haben die anderen reagiert, nachdem er ausgezogen ist. Weißt du, vielleicht ist es auch bei den Zuschauern diese Art, dass er dann direkt immer, wenn er hier so reinkommt, dass er dann direkt so losballert. Ich mach das und das und das. Sofort so Ansagen macht, obwohl alle chillen. Wow. Das ist schon ziemlich irre, wie der hier agiert hat, ne? Der war ja komplett aufgedreht. Laut. Bisschen zu übermotiviert. Ganz schönes Großmaul. Ich denke, er ist wohl anders besser aufgehoben als hier. Die forensische Psychiatrie. Hat Ina gestern nicht noch schön ausgeführt, dass sie sehr, sehr für Harmonie ist und zack ist er weg, schon wird wieder gelästert. Naja, sie kann halt auch nichts anderes außer lästern, genau wie ich. Babs, ich krieg die nicht gefasst. Die spielt auch immer so ne wissende Rolle. Also mir geht die Wirtschaft hier auf. So lächelt die auf. Und so ist keiner von den anderen. Für mein Gefühl ist sie nicht, ähm, ist sie die am wenigsten authentische Person hier. Wirkt für mich, wie wenn sie so ne Show hier inszeniert. Ja, in Fachkreisen wird sie schon Klapsi Babsi genannt. Aber eine Sekunde, regen die sich jetzt hier ernsthaft darüber auf, dass jemand bei Promi Big Brother eine Show abziehen möchte? Das ist so, als würde sich Vera entweder darüber beschweren, dass bei Bausuchtsfrau hilflose Menschen vorgeführt werden. So, jetzt geht's erstmal in den Penny. Du kaufst einen Artikel, ihn seinen Namen nennt, ihn einscannst und ihn korb legst. Du darfst immer noch einen Artikel aus dem Egalen nehmen. Budget ist 9 Euro, wenn du es überschreibst, um zu stornieren. Bevor du weiter einkaufen darfst, stornieren, bist du mir lange drückt und bestätigen. Du hast 60 Sekunden Zeit, alles klar. Das war ein bisschen schwer, aber alles gut. Das war der Denny-Style. Ah, okay, alles klar, gut. Ey, Leute, habt ihr es auch gerade mitbekommen? Wie faul ist diese Uwe? Lässt sogar für sich einkaufen. Es ist unglaublich. Danny befürchtet, dass er jetzt einen Fehler macht, weil durch Stress wird sein Denkvermögen eingeschränkt. Ach, ist er im Dauerstress? Äh, Penne! Penne! Scheiße! Äh, fuck, 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 fuck! Äh, hier, hier, hier! Haferflotten! Scheiße! Fleischwurst! Oh, Digga, wo ist diese K... Wo ist das Scheiße, Mann? Ah, hier, Ketchup! Wo ist dieser Scheißkette, Mann? Äh, fuck, 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 fuck! Ich lege nochmal Penne! Und? Toastbrot! Toastbrot, Walter! Toastbrot, Toastbrot! Und? Feuchttuch? Scheiße! Fuck, 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 fuck! Das ist voll stressig! Ich hab E-Kamera-Stimme! Danny ist ich am 23.12., weil ich einfach noch gar kein Geschenk eingekauft hab. Oh nein, er hat Feuchttücher vergessen. Hier ist eine Nudel runtergefallen, kann ich die noch mitnehmen? Eine Nudel schenk ich dir. Danke! Sehr nett von Big Brother. Mit schmutzigen Nudeln kennt sich Danny ja auch. Er hat jetzt auch zwei oder drei Tage unten nicht geducht. Heute geht's um einen Bereichswechsel und diejenigen, die schon am längsten in der Raumstation sind, die haben die Chance, sich den Wechsel zu erspielen. Einen Kniff gibt's. Wer die höchste Würfelzahl hier hat, der darf hier mit ins Team rein und jemand anderes dafür rausschmeißen. Moment, ich muss kurz rechnen. Danny hat hier offensichtlich gerade sein IQ errechnet. Und die große Frage ist natürlich, rechnet Peyton immer noch nach? Babs, du darfst jetzt entscheiden, wessen Platz du einnimmst. Uwe soll hier bleiben. Alles klar, geh zurück zu den anderen. Sie nimmt deinen Platz ein, Uwe. Okay, eine Sekunde. Möchte sie Promi Big Brother wirklich freiwillig verlassen? Oder ist sie so doof wie extra doofes Toastbrot? Völlig egal. Aber ab jetzt mag ich sie ganz offiziell nicht mehr. Diese Raketenbecher, die müsst ihr quasi in einem Staffellauf bis zum Mond befördern. Und zwar mit diesen Wasserspritzen. Wir dürfen so oft spritzen, wie wir sagen. Ihr dürft so oft spritzen, wie wir sagen. Alles klar. Das Match heute ist besonders schwer. Die Aufgabe bringt Ina Lesen bei. Gitter hat ein Problem mit Spritzen. Das hätte zuvor auch niemand gedacht. Was macht Gitter hier? Na gut, also ähnlich sah es auch aus, als Melanie Müllers Chirurg am Werkeln war. Erik soll jetzt hier diese Rakete anspritzen, ohne zuvor einen Döner zu essen. Entschuldigung, wie soll das gehen? Ja, Jörg hat ganz offensichtlich mehr Spaß daran, Gitter abzuspritzen, als hier die Rakete. 80 Zentimeter bis zum Mond. 80 Zentimeter? 80 Zentimeter? 80 Zentimeter? Ich weiß nicht, in welchen Einheiten denn das ist. Ich glaube, es waren eher 8 Meter, aber... Gut, das kann passieren. Wir hoffen aber trotzdem, dass sie das Abmessen von, ja, lebensnotwendigen Haltevorrichtungen dann irgendwelchen Profis überlassen. 4 Meter 15, 4 Meter 15, 3 Meter 80. Okay, das heißt... Woher kommen die Promivik-Brother-Schiedsrichter? Sind das Influencer oder warum können die nichts? Es kommt jetzt zum Bereichwechsel, aber aufgrund eines Fehlers. Der wurde offensichtlich nicht gesehen. Cool, Babs kann jetzt hier im Whirlpool ein bisschen angeln. Dank unserem Danny, der ja ungeduscht da reingegangen ist, dürften da inzwischen einige Lebewesen schwimmen. Nennt ihr jetzt den Namen des Raumstationsbewohners, den ihr noch zu euch einladen wollt. Also wie viele? Einen. Wir wählen Marie. Sie lassen jetzt den Uwe unten, obwohl ja die Babs ihm den Platz geklaut hat. Oder auch den Jörg. Ganz nach dem Motto, dann können sie sich ja schon mal an eine enge Kiste gewöhnen. Wie auch immer. Die Zuschauer dürfen aber jetzt auch noch mal jemanden runterwählen. Ich hab da so eine Ahnung. Babs. Nein. Verlasse jetzt und sofort den Weg. Das ist doch schmuckig. Das liegt nicht an dir. Nein, liebe Babs. Das lag nicht an dir. Das lag nur an deinem Verhalten. Die späte Rache von Uwe. Und Leute, sagt mal. Kennt ihr diese Danny Büchner? Ja oder nein? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall hier ein Abo mit Glockhitter. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Da freue ich mich sehr. Die ganze Folge gibt es bei sat1.de. Ich verlinke euch die natürlich auch nochmal in der Beschreibung. Gestern gab es Konfro Deluxe. Danny ist komplett ausgerastet. Und für alle, die unseren Konfro Raffi vermissen, hier könnt ihr nochmal sehen, wie es zum großen Topfschlag erklarkam. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.